Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zusammen mit mir ich bin Felix der Weise. Der polnische Entwickler SimRail SA veröffentlichte heute am 23. Juni 2023 eine neue Roadmap für sein Spiel SimRail Survival Simulator. SimRail Survival Simulator ist ein Eisenbahn Simulator, welcher unter anderem auch in der deutschen Community sehr positiv aufgenommen wurde. Die Besonderheit dieses Spiels ist es, dass die Spielenden hier nicht nur Züge fahren können, sondern auch die Aufgaben der Fahrdienstleitung übernehmen können. Auch wurde SimRail seit seinem offiziellen Release immer wieder aktualisiert und es wurden kostenlose neue Inhalte in das Spiel eingebracht, beispielsweise neue Stellwerke für die Fahrdienstleitung oder Streckenerweiterungen, die befahren werden können oder eben auch mal kostenlos neue Güterwagen oder sogar Lokomotiven. Ja, nun ist es soweit und es gibt eine neue Roadmap für dieses Spiel. Und hier sehen wir nun die aktuelle Roadmap für SimRail Survival Simulator. Auf der linken Seite sehen wir die Dinge on Final Track, also das sind Sachen, die schon entwickelt wurden und sich anscheinend in der Testphase befinden. Und auf der rechten Seite sehen wir in Development, das sind halt Sachen, die sich aktuell noch in der Entwicklung befinden. Ja, und auf der linken Seite, da ist es wohl soweit, dass wir bald auch die erste Dampflocke bekommen, die TY2. Wir kennen sie in Deutschland auch als Baureihe 52. Da soll es ja auch eine Strecke dazu geben, welche eben auch in Polen, in Schlesien in den 1980er Jahren angesiedelt sind. Dann sollen auch Schneeeffekte dazukommen und eben die Strecke von Tunnel nach Krakau soll hinzugefügt werden. Es wird außerdem einen Support für das Gamepad, also den Controller geben, sowie einen Support für das europäische Zugsicherungssystem ETCS. Die Spiele-Engine, also der Quellkult des Spiels, soll ein Versionsupdate enthalten. Außerdem auch die Lokomotiven EU07 oder E6, also das sind halt verschiedene Lokomotivlackierungen, sollen hinzukommen. Sowie neue Kameras für die Fahrdienstleitung. Die Vegetation soll verbessert werden und es soll ein Lokomotivdepot geben, wo sich im Hauptmenü des Spiels eben alle Lokomotiven angeschaut werden können. Ja, soweit zu den Dingen, die anscheinend schon fertig sind und sich in der Testphase befinden. Das heißt, das kann nicht mehr so lange dauern, bis hier die nächsten Updates kommen. Und in der Entwicklung befinden sich viele Dinge, die sich auch für die Community zum Teil gewünscht wurden. Das heißt, auch diese Entwickler gehen sehr auf das Feedback der Community ein. Wir sehen auch unter anderem, dass sich hier drei Strecken in der Entwicklung befinden. Sogar eine deutsche Strecke gehört dazu. Ja, in der Entwicklung befindet sich unter anderem der Vorortzug EN57. Dieser, also hier werden gerade eben die Fahrphysik und die Sounds implementiert. Dann eben soll es auch im Einzelspielermodus KI-Züge in den Szenarien geben. Dann mechanische Signalboxen, eine Art Homeoffice. Dann Input-Output-System. Also hier bin ich ehrlich gesagt gerade überfragt. Dann die erste USA-Strecke. Die wird extern entwickelt. Es soll wohl eine Strecke entlang des Mississippis sein. Dann die erste deutsche Strecke, welche Score Challenge mit Dresden verbindet. Es ist auf Deutsch gesagt die Strecke Görlitz-Dresden. Genauer gesagt vom polnischen Score Challenge aus über Görlitz, Löbau, Bautzen, Bischofswerda bis nach Dresden-Neustadt. Dresden-Neustadt ist tatsächlich der Beginn der Strecke Dresden-Görlitz. Nicht-Dresden-Hauptbahnhof, wo die meisten Züge durchgebunden wurden. Dann gesellt sich hier die polnische Strecke Lodz-Wachschau dazu. Weiterhin soll es auch Rangierfahrten geben. Dann einen Passagiermodus. Außerdem soll auch das Anti-Aliasing hinzugefügt werden. Und eben auch eine neue Railway-Karriere-Logotyps. Also hier weiß ich jetzt auch nicht, was damit genau gemeint ist. Wird vielleicht ein Karrieremodus für das Spiel. Auf jeden Fall wirkt diese gesamte Roadmap sehr interessant. Wir können uns noch verschiedene Screenshots anschauen. Hier, das war die Ankündigung der deutschen Strecke Score Challenge Görlitz-Dresden. Die Strecke kenne ich selbst im Vorbild. Und viele glaubten damals Anfang April, es könnte ein April-Scherz sein. Aber die Strecke wird tatsächlich für dieses Spiel entwickelt. Viele hoffen, dass es dazu auch das Fahrzeug, die Zero Classic, gegeben wird. Das ist auch der Zug, der hier im Hintergrund zu sehen ist. Wir kennen ihn in Deutschland auch als Baureihe 642. Bahntechnisch ist diese Strecke mitunter durchaus interessant. Da beispielsweise am Bahnhöfe Bischofswerda Systemhalte stattfinden. Auch hier dürfte das sehr interessant im Fahrdienstleitermodus sein. Aber auch im Lokführermodus. Ja, ansonsten die Strecke eine Länge von gut über 100 Kilometer. Zweigleisig ausgebaut und es ist eine Dieselstrecke. Ja, soviel zu dieser Strecke. Also es ist, wie gesagt, landschaftlich zum Teil sehr interessant. Es gibt viele Viadukte entlang dieser Strecke. Und ja, es bleibt zu hoffen, dass es hier das Fahrzeug eben die Zero Classic dazu geben könnte. Außerdem würde auch die Dampflokomotive gut auf die Strecke passen. Und da beispielsweise die Lokfreunde Löbau auch einen Sonderzug da betreiben, der eben gelegentlich über diese Strecke fährt. Hier sehen wir dann ein Bild, welches die amerikanische Strecke angekündigt hat. Also entlang des Mississippi. Und die Strecke, ich habe das mal versucht nachzumessen, das ist wohl so eine Länge von gut über 260 Kilometer. Und es wird wohl hier eine Güterzugstrecke sein. Zumindest gibt es auch hier ein Bild der Lokomotive dazu. Also auch eine amerikanische Güterzugstrecke wird es für diesen Simulator geben. Hier sehen wir ein Bild aus dem Lokdepot. Also das ist ähnlich wahrscheinlich, wie wir das aus Spielen wie Trains kennen oder anfangs auch aus Trains im World. Dass es eben im Hauptmenü die Möglichkeit gibt, ein Depot aufzurufen, wo wir uns eben dann unsere Lokomotiven, die wir alle im Spiel haben, anschauen können. Ist sicherlich auch eine tolle Sache. Ja, hier sehen wir nochmal ein Stellwerk, welches im Fahrdienstleitermodus dazugekommen ist. Das müsste ja das Stellwerk in Krakau sein. Dann sehen wir hier nochmal ein Bild. Anscheinend sind das alle Fahrzeuge, die es aktuell für dieses Spiel gibt. Und hier sehen wir nochmal ein Bild der EN 47. Das ist wie gesagt so ein Vorortzug, der vor allem im Raum Warschau, in Danzig und in Wroclaw unterwegs ist. Und eben den Vorortverkehr, ja, den Vorortverkehr dieser großen Städte bedient. Mittlerweile setzt man dort aber auch zum Teil neuere Fahrzeuge ein. Natürlich ist der auch in Südpolen, also im Raum Krakau unterwegs. Ja, und hier sehen wir ein erstes Bild der Dampflokomotive der TY2 bzw. Baureihe 52. Wie gesagt, da soll es ja dazu eben diese historische Strecke geben. Die schlesische Sandbahn, angesiedelt in den frühen 1980er Jahren. Das war ja für Polen jetzt keine einfache Zeit. Aber es ist sehr interessant, dass man eben auch mal so ein Zeitalter darstellen möchte. Ja, hier sehen wir auch ein Bild mit einer modernen Siemens-Trucks-Lokomotive. Und dahinter die Güterwagen, die wurden beispielsweise per Update neu in das Spiel integriert. Ja, und hier sehen wir auch, dass an verschiedenen Effekten, grafischen Effekten experimentiert wird, um das Ganze hier nochmal zu verbessern. Ja, und damit sind wir schon soweit durch mit diesem Ankündigungs- und Infovideo zu SimRail Survival Simulator. Seid ihr denn an einem Let's Play zu diesem Spiel interessiert? Falls ja, schreibt es mal in die Kommentare. Wie gesagt, das Spiel ist ein schon, sagen wir mal, etwas komplexerer Eisenbahn-Simulator. Es ist jetzt kein Zusi. Es ist aber auch nicht so einfach wie ein Train-Simulator oder ein Train-Sim-World, sondern hier ist schon, naja, das ist schon ein bisschen professioneller gestaltet. Ja, was ist eurer Meinung zu SimRail und der neuen Roadmap? Freut ihr euch auf die neuen Strecken? Die Strecken ist noch nicht so ganz klar, ob die auch einfach so dazukommen oder ob es jetzt in dem Fall DLCs werden und was die dann kosten werden. Aber viele Sachen kommen hier auch kostenlos, zum Beispiel diese Erweiterung-Tunnel-Krakau. Das sind so Sachen, die kommen eben mal so kostenlos ins Spiel. Was ist denn eure Meinung dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Spielt ihr SimRail? Wie gut gefällt euch dieses Spiel? Und würdet ihr SimRail's The Valve Simulator weiterempfehlen? Und freut ihr euch auch auf die erste deutsche Strecke? Dresden-Skortjelic? Schreibt doch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich danke euch wieder bis dahin fürs Zuschauen und fürs Zuhören. Und freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix der Weise.